Musik Dass gesunde, kräftige Zähne durch nichts zu ersetzen sind, das merkt man spätestens, wenn wieder mal ein Besuch beim Zahnarzt fällig ist und der Bohrer zum Einsatz kommt. Obwohl die Präventivmedizin grosse Fortschritte gemacht hat, leiden immer noch viele Leute an Karies, der bekanntesten Erkrankung der Zähne. Die Ursache der Karies sind die Bakterien, die sogenannten Plak, die sich jeden Tag neu bilden, Zucker und Speisresten zu Säuren umwandeln und damit die Zahnschmelze angreifen und zerstören. Die Karies und die Bohrer des Zahnarztes sind aber nicht mehr das grösste Problem, das die Zahnärzte beschäftigen. Die verändernden Essgewohnheiten, Stichwort weniger Zucker und eine bessere Zahnhygiene haben dafür gesorgt, dass die jungen Leute heute rund 50% weniger Karies haben als noch vor 20 bis 30 Jahren. Viel Beitrag zum Erfolg im Bekämpfen der Karies haben natürlich die modernen Fluorzahnpasten, wie zum Beispiel die Elmex, die sie jetzt bei GOB zum Aktionspreis überkommen. Frage an Ihr Gewissen Sicher, denn Ihre Zähne verdienen nur das Beste. Die rote Elmex mit Aminflurid hat ihre Wirkung in vielen Tests bewiesen. Elmex Es gibt nichts Besseres für Ihre Zähne. Im Vormarsch ist allerdings eine andere Zahl krankend, nämlich die Parodontitis, die mit Zahnfleischblüten anfängt und im schlimmsten Fall zu Zahnverlust führen kann. Auch da sind wieder die schädlichen Bakterien, die Plagg am Werk. Das Zahnfleisch entzündet sich, die Entzündung breitet sich in Tiefe aus und schliesslich wird der Knochen befallen und die Zähne verlieren den Halt. Mit einer sorgfältigen Mundhygiene kann man sich auch vor Parodontitis schützen. Wenn man nämlich den schädlichen Zahnbelag einmal im Tag mit einer guten Bürste gründlich entfernt, verschwindet die Zahnfleischblüte und Entzündungen in wenigen Tagen. Weitere Verbündete im Kampf gegen Parodontitis sind Odol und Mentadent C, zwei erprobte Zahnpasten, die wir Ihnen jetzt zum Aktionspreis anbieten. Entdecken Sie Odol Dent 3, die Dreifachvorsorge. Weiss gegen Karies, Rot gegen Zahnfleischprobleme, Blau gegen Zahnsteinneubildung. Die Dreifachvorsorge in einer Zahnpasta. Odol Dent 3 bietet mir und meiner Familie genau die Vorsorge, die wir brauchen. Neu, Odol Dent 3, die Dreifachvorsorge. Jetzt gibt es gegen empfindliche Zähne, gegen empfindliche Zahnhälse und gegen empfindliche Zahnzwischenräume Menderdent C Sensitiv. Das effizientere System gegen empfindliche Zähne und Zahnhälse, klinisch erfolgreich getestet. Menderdent C Sensitiv sorgt vor. Neben guten Zahnbürsten und bewährten Zahnpasten gehört aber auch eine vernünftige Ernährung zum Vorbeuge gegen die heimtückischen Zahnschäden. Bei richtiger Pflege muss man aber ab und zu auch auf den Genuss nicht verzichten. Wir wollen richtigen Genuss, wir wollen Ballisto, weil's uns schmeckt. Wir wollen feine Schokolade, wollen Genuss. Ballisto Schoko Und jetzt neu, Ballisto Cereal, der knusprige Getreidestängel. Ballisto, Geschmack der Natur. Viel Natur hat's auch in den neuen Kellogg's Loops, wo sie jetzt neu auch bei Gobe bekommen. Aber schauen Sie doch gerade selber. Das ist der neue Haferring von Kellogg's Honey Nut Loops mit Mandeln. Allez hopp. Honig. Allez hopp. Und viel, viel Hafernatüli. Allez hopp. 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 Und was haben Sie davon? Ja, jede Menge. Allez hopp. Kellogg's Honey Nut Loops Benzinschwung. Allez hopp. Wie immer jetzt ein paar Aktionsangebote, die Sie bestimmt gut brauchen können. Charlotte, Herr Töpfel, in der Tragtasche an 2,5 Kilo kostet nur 2,25 Kilo. Und alle Gobefrüchtequark, Normal, Light und Bifidus sind 60 Franken günstiger. Ein Trio-Pack Ulwe-Biscuit gibt es für nur 76 Franken. Ausserdem offeriere ich meinen Erfritte Satrap Midifrit 20 Franken günstiger für nur 65 Franken. Zum Schluss möchte ich Ihnen eine interessante Neuheit vorstellen, die seit kurzem in unseren Läden in der Molkereiabteilung erhältlich ist. Es ist der neue Burger von Galactina, eine Spezialität aus kontrolliertem Anbau. Der gesunde und vollbiologische Burger von Galactina ist schnittfest und lässt sich gut portionieren. Er ist in 2-3 Minuten goldgelb braten oder paniert und gibt, mit der Beilage serviert, ein vollwertiges Menü für Gross und Klein. Der neue Burger von Galactina ist von einem erfahrenen Team aus Köchen und Ernährungsberatern entwickelt worden. Darum ist er nicht nur gesund, sondern auch gut und bietet Köchinnen und Köchen mit Fantasie eine breite Palette von Zubereitungsmöglichkeiten. Ich kann Ihnen die neue Spezialität von Galactina nur empfehlen. Vielleicht probieren Sie sie selber mal aus. Heute in der Woche gibt es im CoopInforama einen Beitrag zum Thema Babynahrung. Bis dann, auf Wiedersehen!